Willkommen aus Richtung Panzo und jetzt in Zazzo. So sieht das hier aus. Voll atend dicht. Schlichte Bauweise, aber jetzt wird es schon besser. Zazzo. Das hier ist alles östlich von Isma. Wir kamen über einen Sattweg. Ist gerade noch so geschärft. Neu Bucco geht es da links, da kommen wir her. Mal gucken, wo ist der nächste Reich und mal in Zazzo. Kleine Hütte. Ob wir schaulich, bestimmt kein Telefon. Doch, doch, Telefonleitungen haben sie doch wie früher. Guck mal hier. Das hier Strom oder Telefon. Vielleicht auch Strom. So. Rabesberg waren wir schon mal. Zazzo. Z-A-R-F-Z-O-B. Voll schießen.